Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu die Elder Scrolls Arena. Jetzt ist wieder eine neue Aufnahmesession, weil ich hatte jetzt erstmal nur vier Folgen aufgenommen gehabt, um zu testen, wie der Ton ist. Es scheint bei mir auf jeden Fall gut zu sein. Hatte ich hier noch irgendwas, das ich ver... Oder so? Ne. Ich hab jetzt vergessen, was ich eigentlich hier wollte. Ähm, falsche Tasse, wirklich jetzt auch noch, toll. Irgendwo wollte ich hin. Hier, was, was die da? Haben wir Geld dafür? Ich weiß jetzt nicht, äh, ne, haben wir nicht genug Geld, da war ja noch ein ebener Zahnisch. Will ich sagen, wir... Hallo. Wir gehen jetzt mal nochmal einen Aufgang schnappen. Dann müssen wir nochmal ein bisschen Geld verdienen. Weil wir brauchen 50.000 für den Hanisch. Willkommen, Max-Death, to my city-state. Your arrival is fortuitous, for I have a favor to ask. If you could escort someone for me, I would be happy to reward you the gold. Would you be interested in hearing more? Natürlich! Ähm... I have a contact in Vuleinhaven, a little less than 26 days to the east, in the realm's armaments, waiting for the delivery of Legodra Ebi Bay. Oh, die Namen sind aber auch echt schwer zu lesen. Um... Um... My here parrot. I could not say if it is true, though I have my suspicions, that she, in Aliens with the Thief's Guide, but that's to usurp my throne. Regardless of the validity of these obvious cessations I need, Legodra Ebi were out-of-guard-politics. That may be a hazardous journey, if she does, in fact. Have allies against me. Yeah, now I want to know, how much money we get for it. I don't see anything about money. Let's move on. Let's do it. I am happy to make you my champion, Maxi, but I will be happier still when this business is behind us. Thank you, young Lord, and good luck! Okay, so we have to bring them to this other city named Hayden. And then let's look at what exactly the city it was. And there is a lot done here. North-East of Hayden. You must bring here the warmest armaments in Lareda. I can't go back again. It's a bit boring. We are still at Heaven, right? I have to read it again. It's a bit weird. Hmm. So. Right. Let's do it. We're still at Heaven, right? I have to read it again. It's a bit weird. Ich werde den Legodra in den Inselrims herabellen und den Wimps-Armements in Wollanehaven. Okay. Wollanehaven. Oder wie man es ausspricht. Hallo. Dann ab nach Wollanehaven. Suchen wir das mal. Wollanehaven. Wollanehaven. Da hin. 23 Tage. Diskutieren wir die mal dahin. Dann schauen wir mal, wieviel Gold wir dafür kriegen. Ah, und es ist immer noch Tag. Nice. Der war geil gemacht. Hier mit so einem riesen Tor quasi. So, jetzt muss man noch mal schauen, wo wir die genau hinbringen müssen. Wo haben wir die Quells? The Wimps-Armements. The Wimps-Armements. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Verdammt. Jetzt? Hallo? Warte mal. So, dann suchen wir mal. Sieht für mich eigentlich aus, als wäre das vielleicht ein Equipment-Store. The Wimps-Armements. Genau. East of here. Okay, perfekt. Ab nach Osten. Wollen wir mal, wo das ist. Wir fragen hier mal einen von denen. Hallo? Du, sag mal. Wimps-Armements. Wo ist denn das? Nochmal ein bisschen nach Osten. Okay. Osten geht klar. Wir schauen, was das hier ist. Halos Weaponry. Ne. Das sieht aber auch nach allem aus. Grunas Merchandise. Grunas Merchandise. Grunas Merchandise. Nein. Keine Ahnung, dann. Du, sag mal. Wimps-Armements. Auf East. Okay. Also ein bisschen in diese Richtung. Haben wir wieder einen Tempel? Da. Das sieht danach aus. Ja, wir haben es gefunden. Mal schauen, wie viel Geld wir dafür kriegen. Dann hier abliefern. Gehen wir mal an den Wimps-Armements. Ich sehe, dass du den König Syllrim, Herr Peril, Leodra, 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 Leodra. Und so ist es. Es ist mir geholfen, dass ihr 4.160 Gold erzielen. Wie ich verspricht. Schön. Dann schauen wir mal, was das hier ist. Was ist so wichtig? Die Waffen? Oder auch. Eigentlich nichts Besonderes. ich sagen wir gehen auch noch mal wieder 23 tage geht aber schöne reise dahin natürlich kommen wir in der nacht an denn auch sonst wir hatten auch keine taverne gesucht aber wir haben hier auch keine markiert nicht nach tavern aus wir auch nicht hier geht's drauf warum müssen wir aber immer nachts und das ist eine taverne waffen laden ja immer so schön tavernen zu suchen beim hirn wallenwood da sehen die sind die so gar nicht erkennbar für mich haben wir aber ein ich hätte gerne zimmer ja einzelzimmer ja genau ja das wird reichen und dann suchen wir uns mal noch ein bisschen arbeit weil 50.000 ist auf jeden fall nicht wenig geld und wir sind eben jetzt haben sie kriegen mit dem jetzt kürt das war das beides dasselbe weiß es gar nicht genau wir können auch schon vorbei ah die stadtmauer ah die stadtmauer so dann suchen wir mal noch eine arbeit hier so welcome ex deos ja dankeschön dankeschön machen wir ja so was steht hier was steht hier some months ago for reasons to merit the mark of politics to explain i gave lord elistan in kaftar square this banner of mine it has become extremely important to get this banner back in here i understand you will find a representative of lord elistan in kaftar square which is 42 days by horse to the north east and back i do not know whether or not the rumors that the warcrat wants to keep the banner in kaftar square are true there could be some resistance along the way to new occurrten 10.000 kriegen wir dafür 10 ja machen wir machen wir 10.000 nehmen wir ja ist mir egal äh ist mir vollkommen egal äh wieviel wir jetzt dafür kämpfen müssen einstecken müssen oder so was wir verlieren 10.000 machen wir das ist ordentlich geld jetzt einmal schauen so wo müssen wir nochmal genau hin wie heißt das äh dort riadrel in kaftar square kaftar square äh be waiting for you in new accords ok ne stadt also muss wahrscheinlich hier sein da ist auch das quer da haben wir es äh 13 tage machen wir und natürlich wieder in der nacht so dann suchen wir eben ganz schnell ne taverne ach mal die sagen wir wo ist denn der nächste taverne hier auf jeden paar karten dann ab dahin drüben was sind so ich kann mir einfach mal hier verstecken 5 uhr morgens ja sagen wir mal ich bin jetzt noch mal drei stunden durch hier geht's raus uns mal an wie der laden noch mal hieß wo wir hin müssen hier new accoutaments dann sag du mir mal das bestimmte equipment store new accoutaments wo finde ich das? south east perfekt da lang also für 10.000 gold geht der drop auf jeden fall kurz irgendwo hin dort abholen und wieder zurück genau hier äh südlich von hier also da lang diesen weg so da stehen geblieben muss wissen wo ist new accoutaments nochmal südöstlich ok ganz schön weit südöstlich hier hier geht's nicht weiter da hinten hier nur sein und wir können die fragen wo das ist ich bin ganz schön weit weg ich bin ganz schön weit weg new accoutaments da haben wir's so guten Tag ja King Silverman send you for the banner? damn i could have used it well hurry back to him alles klar dann ab wieder zurück wenn das wollte ich jetzt nicht exit exit und ab nach heaven ja genau das ist für 10.000 gold ein richtig leichter job ah perfekt ist es auf Tag nice immer dieser ruckler war aber geil dass wir auch tagsüber hier jetzt angekommen sind dann bin ich gespannt wie viel wir noch mit dem verdienen können ich hoffe der nächste gibt es genauso viel geld okay wir hatten aber dafür auch zweimal einen Ausgleich gehabt für 800 dann gehen jetzt als Ausgleich dann so hier 10.000 ja hätten wir auch über ihn mehr verdienen können die Hauptstadt natürlich mein werter König ah you returned with my banner I have to admit it feared you would not return in time you have earned your 10.140 gold good north thank you perfekt jetzt muss ich sehen wie viel haben wir jetzt 31.830 gut Geld verdient hier für jetzt so good summer time to you my stills I bid you welcome to Haven where reputation precedes you and I have need for your talents I'm looking for an outsider to deliver something for me of course I promise ample payment to if you are successful are you interested in hearing more? naturally so I need you to deliver the scroll to a represent representative of the dark brother of the eagle way the city stayed not even 20 days journey to the east you must get the scroll there before more does 15th of marfire or to help the dark brother my counselor believes the under king will stand between you and the dark brotherhoods man I cannot be sure this is true but I would advise we deliver 4360 yeah okay geht auch klar aber jetzt ist die Frage weil ich das nicht ganz verstanden habe jetzt ist die dark brotherhood jetzt auf einmal hier mein Verbündeter oder jemand davon und davor war der irgendwie mein Freund für denselben König bin mir da jetzt nicht ganz sicher aber okay wir suchen wohin wir hin müssen gleich und dann holen wir uns noch das kurz so wo müssen wir genau hin so wo müssen wir genau hin hier ist die letzte Seite äh so wo müssen wir äh auf Eagle Veil okay Eagle Veil Eagle Veil Eagle Veil und ich hoffe kommt tagsüber oh nein immer nachts nun kommen wir immer nachts so schwer wird tagsüber hier an aufzutauchen werde die möglichkeit hier dass man so persönlich hinlaufen könnte und so ich glaub dann könnten wir das noch einer also hier haben wir noch wir schauen mal was der so hat auch 41 Gold und ein Stab brauchen wir nicht er hat 50 Gold und ein Stab sagen wir mal den Taverne so Iris bis hinten genau äh South East immer dieses South East da geht's nicht weiter schade da geht's nicht weiter schade da geht's nicht weiter schade gute dame sag sagen sie mir wo ist die nächste Taverne äh okay also ja okay ich glaube mittlerweile da wo die Prostituierten sind da sind auch die Tavernen mittlerweile bin ich überzeugt von das war schon der zweite ne oder dritte in letzter Zeit wo wir durch eine Prostituierte so eine Taverne gefunden haben so ja genau eine Nacht ja 10 Gold geht in Ordnung was sagt die Uhr 9 Uhr 2 hm komm dann sagen wir mal wir pennen hier jetzt hm komm neun ne nicht neun elf Stunden komm elf Stunden durch äh es ach egal 18 Gold ja der hat nichts was ich will der hat auch nichts was ich will ich such mal lieber hier so ein Zimmer oder so oder ich setze mich mal hier so oben drauf oder ich setze mich mal hier so oben drauf was sagt die Uhr jetzt 10 Uhr camp for a while ja sagen wir mal ähm ähm komm acht Stunden damit jetzt mal einfach so warte mal wie spät haben wir es jetzt ähm äh sexuell noch mal zwei Stunden mit dann dann ich glaube zum pennen müssten wir wirklich mal die Dinger auch nutzen ich glaube zum pennen müssten wir wirklich mal die Dinger auch nutzen ich gehe in einen Laden äh Vintage Supply Store äh Vintage Supply Store du sag mal wo ist denn äh der Vintage Supply Store genau da äh South East ah wieder südöstlich immer nur südöstlich äh ich kenne die keine andere Himmels Richtung ist es immer südöstlich äh ja Wahnsinn hier sind auf einmal drei Tavernen äh guter Herr du sag mal wo ist denn der Equipment Store Winter Supply Store südöstlich das ist immer südöstlich hier bitte sag mir das das ist es ja geil perfekt haben wir gefunden guter Herr du sagst mir genau äh ah we we were afraid you would not be able to find Winter Supply Store in time the Diver Award will be so relieved to get the scroll and you will not be forgotten my good lord here is 4.360 gold pieces I as promised thank you and good bye perfekt wir haben jetzt 36.000 fehlt uns aber auch ein bisschen was für die Kyras aber ich würde sagen dies kümmern wir uns in der nächsten Folge wieder vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und Ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020